ja Leute wir sind zurück zu Let's Play The Legend of Hardcore die fängt schon wieder gut an ach komm kann ich mir nicht vorher habt ihr mir Feen gegeben die wahnsinnige, es gibt mir gar nichts mehr asozial hallo wie asozial ist das schon wieder kurz am krepieren passt doch passt HALT DOCH kannst du endlich aufhören nicht immer zu stoppen es ist wunderschön besonders weil man nicht alle Herzteile bekommt so ich orientiere mich nochmal wir müssen nach oben rüber und dann ganz raus ich versuche jetzt einfach hauptsache wir kommen mit mehr als zwei Herzen in den Ok das heißt dann tue ich es wenn ich es doch weiß es ist du musst ja lol wie der noch so cool fühlt und wartet ja wenigstens wenigstens waren sie Badobine wert ok hier so rauf warte bin ich so beschäftigt ja ich hab schon oh mein Gott ja ich bin richtig so RANDFORCE da fliegt nur den Scheiß drauf auch nur ein Leben ist auch egal TUNGEON 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 wir haben ihn gesehen aber er wird sie mir tot zu warte Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaah ach ich brauche ja Tabletten sagst du hallo Natürlich musst du noch ein Leben anziehen! Oh mein Gott! Du bist doch geniß! Du bist nice! Nein, nein, nein! Komm her! Yes! Und jetzt nach oben! Komm, komm, komm! Hop, 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 hop! Run for us! Fuck you! Fuck off! Yeah, yeah, yeah! Fuck! Fuck you all! Fuck you all! Ist mir egal! Ist mir egal! Stimmt! Ahaha, save point! Erster Dungeon, Leute! Ach schön! Schauen wir mal, was uns Schönes auf der Raben-Insel erwartet! Alter, wie die Mucke gleich mal abgeht! Die dreht mal richtig auf gleich! Oh nein! Oh! GOSH! Okay, Schlüssel! Fuck! Ich erhoffe mir irgendwie ein Herz von dem! Aber irgendwie glaub ich, dass ich gar nicht hoffen muss! Ja komm, ich brauche eine Rubine! Fuck! Fuck you all! Ist mir egal! Nicht unnötig, jetzt schon Leben verlieren! Komm! Ich komm jetzt selber sehr dick vor allem im Spiel! Ich weiß nicht! Das ist nur ein Gefühl! Und wir müssen in diesem Dungeon auch, äh... Also es wäre gut! Einen Kompass und eine Karte finden! Für was der Kompass zeigt uns dann, wo der Endboss ist! Und die Karte logischerweise wieder aufgebaut ist! Weil, wie ihr seht, bis jetzt ist es einfach nur... Jo! Keine Ahnung! Wir gucken halt mal! Oh! Okay, also die sind nicht so schwer! Ich hätte nichts sagen sollen, oder? Ach, schön! Ah, jetzt kommt ihr mit fiesen Taktiken, oder? Okay! Okay! Go away! Oder die mein Herz, wenn du uns hast! Fuck you! Mächsten Schlüssel! Okay, weiter! Was haben wir hier? Okay, die sind fledermäutiger, soll das darstellen, oder? Die sind fledermäutiger, soll das darstellen, oder? Oh, die sind ganz schön schnell! Okay! Okay! Okay, jetzt bin ich wieder zurück, aber ich will eh weiter! Oh, was ist das denn? Was soll ich hier darstellen? Slimeys? Keine Ahnung! Kann ich jetzt nicht ganz identifizieren, oder? Warte mal! Ah, okay! Ich bin bald tot, das ist schön! Los! Taktik! Die meisten ist aber genau das weg, oder? Oh! 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 Oh, oh! Ach, ja genau, lass ich mich sogar von den treffen. Ich werde doch irgendwas für mich haben, und das werde ich mich zuerst erzählen. Okay, jetzt haben wir die Karte. Sieht aus in der Genial-Lampe, nicht? Oh nein, was seid ihr denn? Oh, Bombe! Nett! Oh Gott. Ich bin tot, ich bin so tot. Na hin! Was ist das denn jetzt? Ein neues Darmschneitem, oder was? Okay. Ja, nehmen wir mal das hier. Den Boomerang. Hä? Oh, das sind doch diese Hände, die einen zu... Oh Gott, ich bin groß. Ja genau, mit einem Leben. Haha. Ja, das ist so... Ja. Mit einem halben Herz. Mit einem halben Herz gehe ich zum Boss. Warte, wo startet man? Ich will's mal wissen. Okay, ja, das ist sozial. Aber, nee, nee, nee. Man kommt nur mit drei Leben, nämlich. Das ist nicht sozial. Gut, dass wir diesen Speicherpunkt gesetzt haben, ehrlich. Das bringt's total. Okay, wir wissen jetzt ungefähr, wie der Dungeon ist. Wir müssen gucken, dass wir den Boss, wenn's geht, nicht unbedingt mit einem halben Herz versuch zu bieten, weil ich glaube, das wird... Ein bisschen asozial. Ich glaube, jeder Boss ist mit einem halben Herz ein bisschen asozial. Wow. Die Fledermolze sind alt oder die schwererste Skelettinger? Das ist ja der... Ich will ja nochmal sagen, das ist der leichteste Tätanischen. Der kürzeste auch, also... Schön, oder? Ah, die Mucke geht richtig ab, also, das ist... Unnötig, schon wieder. Ja, du Biene! Ach, weißt du was? Fuck. Ich sagte, fuck off. Oh! Oder auch nicht. Okay, das passt bis jetzt eigentlich ganz gut. Weiter. Das erwartet mich hier. Warum brauche ich ihm auch so richtig rein? Ach, Gott sei Dank. Okay, der Weiter ist gut aus. Gute Bilanz. Ja, jetzt kreist es ihm so ein. Ach so, die Zeit lässt die alle mal stehen bleiben. Das ist so eine Art... Phantom Hourglass von Prince of Persia. Das ist alles so ein... Ich glaube, das war das, dass ich... Ich weiß es selbst nicht mehr genau. Ach ja, aber die lieben Fledermäuse kenne ich auch noch. Ach, die können... Die bleiben stehen? Okay. Okay, dann gucken wir mal, was hier war. Ja. Hopp! Ach, hier wart ihr wieder hier. Was können wir hier darstellen sollten? Den weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist ein Slime, wenn ich mich recht erinnere. Okay, ja, ja. Warte, ich lese mir das jetzt durch. Nicht angreifen ist schon mal wichtig. So, was sagst du jetzt noch mal? Eastmost Peninsula is the secret. Noch was? Okay. Schön. Ja, das ist schön für dich. Das ist schön, wirklich schön für dich. Okay. Whatever. Was ist jetzt los? Okay, hier ist die Karte mal. Das war eh klar. Wie wärst du mit... Komm her! Willst du... So. Und hier oben, was ist jetzt los? Oh. Oh, gosh. Da waren wir noch gar nicht. Deswegen nämlich. Ich glaube, mir ist ja auch wirklich zu kurz irgendwie vorgekommen. Was kommt hier? Ja. Uah. Was ist das denn jetzt? Okay. Also Rubine sammeln kann man hier gut in den Dungeon. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Und hier abziehen. Hat sich das ausgezahlt? Ich würde mal sagen, nicht. Hey, gebt mir jetzt bitte ein Herz. Habt mir jetzt mal. Was war das? Was war das? Hat er enttäuscht? Und jetzt? Und jetzt hier? Ja. Ja, genau. Ja, genau. Genau deswegen. Dann schreit. Klar. So, nach dem Thema jetzt immer mal sozial. Okay. Item gefunden. Halbes Herz. Mal gucken. Vielleicht können die mir mal was geben. Komm, gib mir ein Herz. Habt ein Herz. Ein Herz für Noobs. Komm. Hör, keine Lust. Danke. Antäuschen. Okay. Jetzt, 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 jetzt. Okay. An... Ja auch. Uah. Oh mein Gott. Halbes Herz. Das kann ich vergessen. Ich sterbe so oder so wieder. Außer, der eine hier ist sozial. Ne. Keine Lust. Ha. Genau, hier wieder. So, noch mal von vorne, der ganze Zeit. Wir wissen jetzt, wie es abläuft. Wir müssen jetzt keine unnötigen Deaths erzeugen. Nicht unnötig leben, weil die ganz diszipliniert muss man hier spielen. Und ich mach's nicht. Fuck auf mit euren Neurubinen. Ehrlich. Was sind die denn eigentlich? Seid nur zur Dekoration? Sehr wahrscheinlich, wie es aussieht. Hallo? Da will ich mich davon verarschen. Ja, danke. Ja, okay. So weit, so gut ist es ja logisch. Okay, weiter. Okay. Weiter. Ich bin jetzt wieder abgefangen. Was, 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 weiter. Nichts ist es doch. Ich find's ja so witzig, wenn ich mir vorstelle, dass das für Kinder gedacht war. Bin ich hier schon so richtig im... Oh, oh mein Gott. Ich muss aber auch zugeben, ich falle hier unnötig gerade leben. Ja, das kann ich vergessen, glaub ich jetzt schon. Wenn ich nicht gleich ein Herz bekomme. Ja, ich weiß eh, was du meinst. Es ist eh so oder so egal. Ich komm eh wieder nur mit dem Halbenherz. Leute, das war's. Ich brauch Tabletten. Ich bin... Oh mein Gott. Wir sehen uns beim nächsten Mal von Let's Play The Legend of Hardcore. Bis dahin. See you. Ah, jetzt kommen alle die Großen. Aber mit Katzen... Google-Windows, keine Ahnung, wie man sie nennt. Wär's doch nochmal nicer gewesen, oder? Was ist bei dir? Bei dir hat nein, die ganze Zeit verfolgt. Das wär doch episch gewesen und wär auch ein bisschen schwerer noch, ey. Man wär's level schwerer, aber Toast ist eher, meiner Meinung nach, ein Chill-Level.